Und weiter geht's. Diesmal sind wir schon im Halbfinale. Und das Halbfinale ist etwas Besonderes. Deswegen zurück zum Turnier-Minute. So, gegen Jelena Jankovic. Aber in einem anderen Outfit. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie kann ich mich jetzt drehen? Vielen Dank. Willst du mich verarschen? Wieso kann ich denn meine Spielerinnen nicht drehen? Also ich gehe mit dem ersten Nenner-Lux-Dick komm ich schon wieder rein. Ach, scheiße. Ich gehe mit dem ersten Nenner-Lux-Dick komm ich schon wieder rein. So, und weiter geht's nach der dritten Pause mit dem Halbfinale. Bis gleich. Weiter geht's mit dem Halbfinale. Gegen wen treffe ich im Finale an? Gegen Caroline Gosniakki aus Dänemark oder die Navasar Finale aus Bostosland? Ja, das ist Halbfinale, Rörig. Alles, alle drei sehr gute Tennis-Spielerinnen. Amen. 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 Ladies and gentlemen, it's time for the summary-finders of the Australian Open City of Hawaii, April Arena in Germany. ! Amen. Hari gonna rain diecommunicamenteis of Korea. Amen. Amen. Along geht's. Amen. 浮ifize. Amit's kommt. Mein optimum ist. Amit's kommt weiter hoch. estrauer Platz parlé它的 seríawelle. Amit's kommt weiter. Tun liebequi temps immer. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. 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 ... 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